Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Lara Croft and the Guardian of Light mit Black Piccolo und ich natürlich auch noch, Lexi ist auch noch dabei, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall die Sonnenplatten holen oder Sonnenschein Ja, ich habe auch endlich neue Waffe, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, ich habe jetzt auch ein Maschinengewehr Wir müssen nochmal zurück, also wir haben hier gerade so ein bisschen die ganze Gegend abgegrast Warte mal, darf ich mal eben kurz, ich will mal eben auf die Karte gucken Aber siehst du, hier geht es rüber über die Brücke und dann geht es da nach links Wollen wir vielleicht erstmal das ganze Beat abkratzen und die ganzen Totenköpfe sammeln, dass wir das hier alles fertig haben Oder wollen wir direkt... Nein, ich denke mal, wir gehen, wir müssen gleich sowieso noch über die Brücke, weil da hinten auch noch eine Sonnenscheibe ist Ich würde jetzt sagen, wir holen uns erstmal die Sonnenscheibe auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite Okay Dann geben wir eine Spinnengroft und dann holen wir uns die letzte Sonnenscheibe Okay Ich hoffe, wir müssen dann gleich nicht nochmal alles von vorne gesammeln, aber ich denke mal, das wird schon mit eingeplant sein Ja, die Punkte haben wir da jetzt schon fest Ja, denke ich auch Ja, alles immer Punkte, die wir kriegen, wenn wir einsammeln oder irgendwas abschießen Genau Machen wir zuerst den Tempo, oder? War es ein bisschen faul zum Laufen? War es bis ich da bin? Wow Okay Du musst dein Schild wieder einsetzen Ja, ich dachte, das geht auch anders, aber... Okay Setz mal dein Schild ein und dann... Warte, dann bleib mal in der Mitte stehen Kannst du die alle drei abwehren? Ja Okay, hol die Sonnenscheibe Das war mir jetzt ein bisschen zu einfach Hahaha Im Ernst, das war mir irgendwie viel zu einfach Okay, lass los Hm Wie kommen wir jetzt da an die Münzen ran? Ja Sind hier irgendwo ein Knopf oder ein Schalter oder sowas? Warte mal, ich hab ne Idee Ja Ähm Und einer hier oben da oben drauf und der andere zieht dann das Ding in da hinten, dass er mit dem Ding hochfährt Ja, und wer hält die Falle ab? Ja Aber vielleicht ist unten drunter ja ne Möglichkeit Dass da irgendwie ein Knopf unten drunter ist Also ein Fall kommt durch Hallo? Ja, ja Ist gar nicht so einfach Ja Okay, lass runter Hahaha Ne, hä Vielleicht kommen wir da auch noch gar nicht durch Kann natürlich auch sein Ja Man kann die Umgebung zerschießen Was passiert? Hahaha Was hast du denn zerschossen, alter? Über das Auto Mhm Man kann die Umgebung zerschießen, ist mir grad aufgefallen Ach Ne Hahaha Man sollte aufpassen Okay Okay War nicht meine Schuld An der Explosion meinst du? Ja, von dem Typen Also ich hab War ein bisschen Luftgejagt da Ich hab jetzt gerade so Warte mal, dass wir hier Hier gucken eben Mach mal Seil Ne, mach mal Seil, ey Warte, mach mal Seil Hallo? Hallo? Warte, willst du mich verarschen, oder was? Hahaha Mach mal jetzt ein Das geht nicht Okay, versuch du mal runter zu gehen Warte mal, genau Genau Ah Zauber Ja, also hier sind ein paar nett versteckte Warte mal hier Hahaha Ah, okay Aber hier sind echt ein paar nett versteckte Rätsel Fällt mir ganz gut eigentlich Ja, mir auch Das macht Spaß bis jetzt Hm So, ich muss die andere Sonne Alter, das Ding aber mies Hm Was? Finden sie Für die zweite Sonnenscheid Wissen wir doch Vorsicht, Vorsicht Da kommt noch was angerollt Okay Äh, dann gehen wir jetzt mal in das zweite Loch Aha Aber es hat sich perverser angehört, als es eigentlich klingen sollte Also, okay Boah Alter Hat er das Auto auf? Hahaha Äh, eigentlich nicht Boah, mein Leben Da hinten ist ein Medipack Na gleich Aber ich glaub der Typ hat sich mit Mich mit seiner Explosion von der Rötter erwischt, ey Okay Ah, nehmt das hier, Viecher Haha, Viecher Hahaha Ich kann sie immer noch nicht einordnen, dann sind das Goblins Den hast du auch noch gesehen, ne Hm, den Schatten von dem wie er gesprungen ist Ja Da unten ist auch noch ein roter Totenkopf, das ist schon mal gut Nimm du das lieber Ähm, ne komm mal mit Ne, was denn hier Ne, was denn hier sagt er Ich muss mal hier gucken Ich bin schon übergesprungen Warte, da ist was ich bin schon übergesprungen Ich muss mal noch mal her und dann auch noch mal nimmst Okay Ja, wir sind beide voll. Vorsichtshalber erstmal drauf schießen. Da scheint der Eingang zu sein. Müssen wir die Kugel vielleicht irgendwo hinbringen? Ich hätte da ne Idee. Wow. Ähm. Dieses mit dem ALT halten. Das ist ein bisschen doof gemacht finde ich. Weil das direkt unter den Steuerungstassen ist. Ich glaube das muss ich mal auf eine andere Position legen oder so. Was machst du? Ich wollte da oben drauf springen. Damit du da oben bist. Warte mal, kann ich eigentlich? Nee, kann ich leider nicht. Oder, oder doch. Warte. Nee, leider nicht. Warum wir da eh nicht? Wir sind doch fast fast schon so. Wir sind doch OP. Wir sind doch OP-A-Teil. Wir sind doch OP-A-Teil. Ich muss denn hier bitte da eingangen. Das da denke ich, oder? Oh Gott. Ah, da oben. Da oben ist der. Boah, Backen gerade. Ja, wie fit sah das denn aus, Alter. Voll die Kombo, Alter. Ja. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Ah. Spring. Passt. Ah, da ist der zweite Sonnenschein. Und jetzt müssen wir hier mit dem Schild da hoch. Genau. Ja, wissen wir, fehlt eine Sonnenscheibe. Du bist tot. Nee, da bin ich doch was denn. Aber wir können auch hier direkt runterspringen. Lass hier runterspringen einfach. Müssen wir da runter. Weiter war komisch. Ja, das war ein leichter, komischer Brüller. Uh, der Brüller. Oh, ein Medikus. Da. Ja. Wo du das Medikus. Ach. Scheiße. Aber wir müssen oben drauf, das noch. Ja. Deswegen wollte ich auch hier. Das mal eben. Das mal eben. Zack, zack, zack. Guck mal hier, Alter. Ja, ja. Was ist das jetzt? Ah, hier ist so ein rotes. Warte mal, ist hier vielleicht noch jemand? Ah, hier ist. Und Munition. Bin ja auch gut gebrauchen. Ah, da ist auch noch einer. Ich brauche eher noch Medikus. Rinder. Rinden? Okay. Nukles Level. Oh, das gefällt mir gar nicht. Rinder. Ähm. Oh, das ist mies. Warte, warte. So. Warte. Ich mach, nein, ich bleib einfach. Oh ja. Ich mach. Ich mach. Ich mach. Nein, ich bleib einfach. So, und jetzt. Okay. Oh, das war ja einfach. Ist hier hinten noch was? Ja, das war's. Okay. War ja easy. Ich dachte, die roten sind schwer. Ja, wenn man im Portal gewohnt ist, ne. Postel. Postel. Dann ist das hier Kinderkacke. So, wo müssen wir jetzt auch hin? Jetzt müssen wir wieder hoch. Das haben wir, das haben wir. Spinnengruft müssen wir noch rein, oder nicht? Nee, Spinnengruft müssen wir ja rein. Wenn wir, kommen wir erst rein, wenn wir das dritte, das dritte, die dritte Sonnenscheibe haben. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch wieder. Und dann links, da wo es grau ist. Hier Eingang Sonnengrad müssen wir hin. Hm? Wollen wir mal bitte das Spiel fortsetzen? Ach so, ja. Ich wollte nur meinen Zuschauern gerade auf der Karte zeigen, wie es weiter geht. Wisse. Ey, da ist nur ein Totenkopf da heute. Ja, da müssen wir, da gehen wir jetzt hin. Das ist das, was ich meinte. Was ist denn jetzt schon wieder? Da kommt was. Man sollte mal ausweichen, wenn, ne. Ja. Ja. Jetzt gehen wir hier hoch. Kommt wieder von irgendwo was. Hast du das gehört? Alter. Ich schieb schon Hallos, wenn ich solche Geräusche höre. Und das wo liegt. Weiß ich nicht. Glechte Erfahrung. Also nach der letzten Folge von Dead Space kann man dir das nicht verübeln, ne. War das hier runter? Ne, irgendwie nicht. Aber hey, da ist was. Munition. Ja, mach dir nichts. Der Busch wackelt. Alle guten Dinge sind 500.000. Ne, 300.000. Ah. Entschuldigung. Ich vertue mich da immer mit den kleinen Zahlen. Ich vertue mich da immer mit den kleinen Zahlen. Wir können jetzt, glaube ich, hier vielleicht so, ah, warte. Können wir das? Ja, ich denke mal, wir können hier den Wasserfall runter. Oder wir lassen es einfach. Ne, wir können es, glaube ich nicht. Oder wir lassen es einfach. Hey, Versuch macht Clou oder wie sagt man? Irgendwie so, ja. Oder auch nicht. Geht das hier vielleicht irgendwo runter? Ja, das brauchen wir. Tja. Beide voll, zack. Ist ja fast schon Mage-like, Alter. Unser, unser, ähm, Magiebrunnen. Ne, da gibt's nicht. Da könnte man runterspringen. Dann gehen wir einfach hier rum, ist ja egal. Dann nehmen wir einfach den regulären Weg. Wenn Special nicht geht, nehmen wir den. Oh oh. Oh oh. Ah, scheiße. Ähm, ich bin tot. Ich auch. Scheiße, da hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Ne, ich auch nicht. Also es war jetzt ein bisschen... Alles klar, also... Läuft. Bisschen dumm gelaufen, aber egal. Okay, hier rein. Hier war schon cool. Ja klar, ne. Ja, ich hab gewartet, bis du drüben bist. Ja. Ja, da ist irgendwas. Okay. Wo jetzt? Was haben wir hier? Okay, wir müssen irgendwie die Fäuste hochkriegen. Hier ist irgendwas. Was? Waffelndeck. Schrotflinte. Ja. Unmissionslager. Ja, warte mal eben. Ich rüste mal eben meine Schrotflinte aus. So. Gut, ich glaube ich muss niesen. Gesundheit. Entschuldigung, Leute. Was geht? Ich bin schon seit gestern so am Niesen, ey. Ich hoffe ich werde nicht krank oder so. Ey, echt scheiße. Oh, die geht ab. Ich brauche nur lange zum Nachgeladen. Boah, schieß aber nicht aufs TNT da, ey. Dann war es das mit uns am Lager. Oh, shit. Irgendwas zum draufstellen. Ich habe eine ganz andere Befürchtung. Was denn? Setz Sie Ihre Bombe, um Objekte in den Spielwelt zu bewegen. Drücken Sie feststellen, um eine Bombe zu deponieren. Und zünden Sie die... Nee, ich glaube, dass wir eher... Oh, oh, oh. Aha. Du auf der anderen Seite. Und drei, zwei, eins. Warte mal. Hier eine. Dann stell dich hier drauf. Ah, und dann... Okay. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die Fäuste oben sind, damit wir genug Zeit haben, das Sonnen-Ding zu holen. Okay. Drei, zwei, eins. Bombe zurück. Läuft doch. Läuft, Alter. Ah, oh. Ah, das ist der Eingang, den ich eigentlich haben wollte. So warte, jetzt schieße ich über das TNT weg da. Äh, ja, genau. Ja, ja, natürlich. Okay. Warte mal, wir haben auch... Zerstöre alle Trucks. Ah, drei von zehn. Nee, die müssen wir auch zerfallen. Ah, das ist ein Medipack, das könnte... Ich bin echt gut gebrochen. Jetzt bin ich voll. Ja, muss ich echt von oben springen, oder was? Nee, anders... Ich hab noch keine Kastige gefunden, womit man loslassen können. Okay. Deswegen... Oh. Da oben. Ja, ich seh's. Nee, so nicht. Kannst du mir da Stäbel hinwerfen? Ja. Warte, 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 was machen wir anders? Einmal da hin. Müsst ja... So, das müsste reichen, oder? Sauber. Läuft doch. Läuft! Gut. Das ist auch die Strecke, wo ich eigentlich hinwollte, weil... Mach mal... Mach mal Kabel rüber. Weil... Da hinten ist ja noch so ein roter Kopf. Und den brauchen wir ja noch. Okay, du wartest am besten da. Nee, ich glaub das geht nicht. Oh, ich glaub ich weiß wie. So nicht? Du machst dich halt ganz einfach. Und respawnst bei mir. Ach. Nee, das ging nicht. Oh, das ging nicht. Nett. Geht doch. Ja. Oh. Das war mir nicht falsch richtig gegangen. Oh, was haben wir denn hier? Artefakt entdeckt. Steinfeder. Okay. Ja. Das tut aber weh. Ja, warte. Viel von 10. Oh, hier noch irgendwas? Nee. Boah, auf jeden Fall kann man auch schweißen. Aber... Boah, ich bin so gut getroht. Da ist ein Brunnen. Ah, da ist ein Brunnen. Boah. Der kommt genau richtig, Alter. Ja, Mann. Boah. Du brauchst aber übelste Munition, so eine Pumpgun, ja. Also ich glaube da ich meine normale Pistole nutze, die nutzen keine Munition. Ja, meinen Pfeiler auch nicht. Ja, 200.000 Punkte haben wir schon. Ja, das ist doch schon mal was. Hier ist er. Den hab ich gesucht. Toll, ich sag mal bald er überleben. Aber uns fehlen immer noch zwei. Ja, finden wir noch immer noch. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da war ein. Da, da war er. Hast du gesehen? Komm mit. Da oben drauf ist er. Jo. Da ist doch die Frage, wie kommen wir da hoch? Mit nem Schild vielleicht? Ich bin da. Er wacht sich hoch. Das nennt man Grinden. Ja, ja, klar. So. Diesmal darfst du wieder. Ah, sauber. Münzen. Okay. Ja, ich muss jetzt zu dir rüber. Ja. Ja. Reicht mich nur. Äh, Bombe. Bombe. Ach jo. Das könnte funktionieren. Wüsste auch funktionieren. Sauber. Genau. Wenn du mich nicht hättest, Alter. Hättest wahrscheinlich jemanden andern. So sieht's aus. Ah. Ich hoffe, wir sind. Ja, ich auch. Aber mir gefällt das nicht. Sonst fehlt mir was. Hab ich mir aber schon gedacht, dass wir hinkommen. Ja, natürlich. Was denn? Geht doch, Alter. Na, ich meine das mit dem Denken. Ja, denke ich. Hast du mir natürlich gedacht. Ja, klar. Ja, ich seh ja. Was ist denn sonst hin? Hallo? Weiß ich nicht. Muss ich mal fragen. Oh oh. Kommt wieder was. Ausweichen. Ich seh die aber auch nicht, Alter. Okay. Jawohl. Und auf ins Spinnennest, Alter. Oh oh. Da kommt irgendwas raus jetzt. Mhm. Spinnen. Wahrscheinlich. Ja. Boah. Erste Hilfe Peggy. Oh. Erste Hilfe Peggy. Oh. Erste Hilfe Peggy. Ich will erst schießen. Jawohl. Level abgeschlossen. Uns fehlt aber ein roter Totenkopf. Nein. Nein. Okay. Ja, ähm. Wir haben es widerlich geschafft, alle Aufgaben hinzukriegen. Naja. Aber wir waren schon nahe Drachen. Also wir haben schon zwei, haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Und wir hätten sogar beinahe, okay die 30.000, 300.000 Punkte. Alter, öffnen wir die Spinnengruft in maximal 5 Minuten. Ja. Genau. Leuuuuff. Wie soll denn das gehen, Alter? Hammerhart. Okay, ähm. Gut. Machen wir weiter? Ja. Weiter geht's. Also. Kommt denn jetzt Schönes. Binnengruft. Jetzt sind wir in der Spinnengruft. Ja, gefällt mir total. Okay, Score 290.000. Aber, wir werden uns jetzt erstmal verabschieden, weil ihr werdet erst in der nächsten Folge erfahren, was in der Spinnengruft passiert. Oh, yeah. Ja, ja. So einfach machen wir euch das jetzt nicht. Alles in einer Folge sehen. Da könnt ihr hinbekommen, ne? Uns knicken, du kannst es knicken. Kannst du nicht vergessen. Alles klar, wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Tschaui. Bis dann. Ciao.